Näh. Doch. Näh. Doch. Ah, ah. Aha. Ich war da einfach nur unterwegs mit meinem Holz. Du und dein Holz und so, ne? Ah. Zeit, holzi, holzi, holz und so weiter, ne? Mhm. Holzi, holzi, holz. Wann hast du denn zum ersten Mal Waffen gesehen? Ja, wo wir telefoniert haben. Wenn du links abbiegen hast, mitten auf der Straße. Dann gib mir deine Sonnenbrille, dann kann ich beim nächsten Mal weiterfahren, wenn du mir so blende. Gib mir meine scheisse Sonnenbrille wieder, Mann. Nein, das ist jetzt meine. Nein, gib Pettaz. Das ist jetzt meine. Danke. Das ist ein Deal, Schal. Hat er jetzt eine Sonnenbrille, das braucht das Fahrrad nicht. So, Amazon-Brille wieder her, aber ich nehme nicht fest. Nein. Das wird sie jetzt auch haben. Das wird sie jetzt auch haben. Scheiße, eben. Oh, oh. Oh mein Gott. Hallo. Ich raus aus meinem Wagen. Aber ich will mir das angucken. Nicht mit der Waffe zu hören. Doch. Ah, ah. Ich glaube, das ist der selbe von ihm, oder? Mir ist wundert, dass er die Kopf ja nicht da ist. Kalki. Wee. Hätte er jetzt rückwärts, dann fahren wir auch rückwärts. Ja, Mann, das Spielchen kann ich ja auch. Das Lust ist. Jetzt müssen wir wieder hochfahren. Weißt du, was passiert, wenn du die Leute mit einem Messer angreifst? Ne. Stell dir mal vor, du triffst, sag ich jetzt mal, falsch. Ich weiß, wo es treffen muss, damit das nicht klappt. Ja, und genau da sollst du nämlich eben nicht treffen, wenn du da aus Versehen triffst. Nein, dann triffst du nicht. Ich weiß, wo es treffen muss. Was geht? Ach, Hayley. Was macht man aber nicht? Ich habe auch immer noch keine Flücke vom Osterhassen. Das macht mich auch sauer. Äh, Nolan? Müsstest du da immer eine Fahndung für mich einleiten, bitte? Nein. Äh, der Osterhase. Wir haben den letzten schon gesucht und du sagst dir das nicht? Ah, kack. Äh, Hayley? Äh? Äh, ich habe gehört, der Osterhase ist gerade auf der Flucht. Ja, dann musst du den Osterhassen verhaften und abstessen. Ja, nicht abstechen, Hayley, das ist nicht meine Aufgabe. Hallo, so machen wir die Dinge hier nicht. Und du bitte auch nicht. Doch. Nein. Aber, aber, ich warte schon so lange auf meiner Flucht. Nix, aber, nix, aber, nix, aber, nix, aber, nix, aber. Soll ich jetzt komm und dir denn ein Messer abnehmen? Und komm doch, trotzdem sehen es. Und wie ich mich traue? Ne. Doch. Findest du nicht. Und wie ich dich finde, wollen wir retten? Ja. So bist du ready? Ja. Aber du bist ready dafür? Aber so richtig. Richtig, richtig, richtig ready ready? Ja, richtig, richtig ready. Richtig. 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 Ja. Gut, Uwe. Danke. Richtig. Das war's für heute. Bist du jetzt mein Spiegelbild? Äh, vielleicht? Oha, Ian, guck mal, ich hab ein Spiegelbild. Wer? Na, mein Freund Ian. Der da. Wo ist der? Der hier. Ein Geister, Ian. Das ist nicht. Bauchnabel. Oh Gott. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Das war spannend. Eines Zombies zu vorne sind wieder Röntgenbilder. Was war das? Bist du den Stuhl hier durch die Scheibe geworfen? Nein. Wer war das dann? Ich hab mich mega erschrocken, Haley. Das kannst du nicht machen. Ah!